Yo meine Freunde, was geht ab euch? Biber hier am Start und es ist mal wieder soweit. ESL1 K2 Vice steht in den Startlöchern oder sollte ich eher sagen, in den EX-Startlöchern. Vom 12. bis zum 15. März werden sich diese Teams um die Wette bashen und ich werde das natürlich auf Twitch ordentlich inhalieren, die ganzen Matches. Ich hoffe ihr doch auch, könnt ihr direkt mal in die Kommentare schreiben. Interessiert mich auf jeden Fall, ob ihr da auch interessiert dran seid. Auf jeden Fall letztes Jahr, Dreamhack war übelst krank und davor auch ESL1 K2 Vice und alles. Oh, ich bin da absolut der Fan von, ich gucke das extrem gerne. Und natürlich gibt es mal wieder eine Pick-Em-Challenge-Trophy, wobei die ja noch beschissener aussieht als letztes Jahr. Leck mich am Arsch. Also die werden auch immer hässlicher, die Trophies. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall kriegt ihr natürlich wieder Punkte, wenn ihr dann auf die einzelnen Teams wettet. Am Anfang natürlich über die Gruppenphase und so weiter. Aber dazu werde ich natürlich dann auch jeden Tag ein Video machen, wie ich denn wetten werde. Und ein kleines Review-Video zu den Matches, so wie ich das auch im letzten Jahr zur Dreamhack gemacht habe. Aber lasst uns doch mal gemeinsam ein bisschen Money wasten. Und zwar 40 Euro. So, und da sind wir die ganzen Sticker in der Großvorschau natürlich unterteilt in die Legends, die sich das letzte Mal schon bis ins Viertelfinale vorgespielt haben. Die sind natürlich wieder alle am Start. Natürlich auch ein paar neue Teams, beziehungsweise altes Line-Up in neuem Teamformat und so weiter. Und natürlich die Challengers, die sie dafür neu qualifiziert haben. Allerdings natürlich auch alte, bekannte Teams, die allerdings auch seit letztem Jahr natürlich ein neues Line-Up haben. Wie zum Beispiel Titan. Was mir allerdings auffällt, ist, dass wir hier drei komplett graue Sticker haben. Oder eher gesagt so silbernen Look. Gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Penta, das ist klar. Aber Envyus, da hätte man ein bisschen Farbe mit reinbringen können. Team Solo mit. Ja, hm. Sind die nicht eigentlich mal rot gewesen? Ich weiß es nicht, ja. Und Titan sieht ja auch, sieht sogar aus, als ob da ein bisschen die Kantenklettung fehlt. Oder soll das mittlerweile so sein? Ich habe keine Ahnung. Aber diese Farbe hier gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. So ein schönes Azurblau. Das gefällt dem Boy auf jeden Fall richtig gut. So. Und jetzt machen wir auf jeden Fall mal How to Waste 40 Euros. Wir holen uns einfach mal fünf Stück von den Legends Sticker Capsules. Ja, Authorize. Da-dum. So. Und dann müssen wir uns noch hier fünf von den... Hups. Challengers holen. Authorize. Auf geht's, ab geht's, meine Freunde. So. Inventory. Übrigens hier den ESL One Cologne Sticker. Den habe ich mir auch mal gegönnt. Sieht relativ schlicht aus. Sollte aber ein jeder Fan doch mal sich gönnen. So, mit was fangen wir an? Ich würde mal sagen, mit den Legends. Oh yeah. Wie jeder weiß, meine Freunde, Virtus Pro ist natürlich muss. Und ich würde mich natürlich auch über einen Penta-Sticker freuen. Und natürlich Nip. Und ja, das war's eigentlich, ne? VP, Penta und Nip. Das ist so auf jeden Fall so ein bisschen mein Favorite hier. Bei dem Ganzen. Und let it roll. Oh, der Sound hört sich auch übrigens neu an, hä? Und es ist Team Envious Holo. Wobei ich sagen muss, sieht eigentlich ganz nice aus. Sieht eigentlich ganz, ganz nice aus. Machen wir mal mit Challenger. Hm. Ein bisschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich geil in grün. Und den. Ah, komm, komm, komm. Zeig mir, was geht. Ich möchte auf jeden Fall mal mindestens. Oh shit. Den hätte ich gefeiert. Fuck. Fuck. Okay, Titan. Ne, das soll aber anscheinend so sein. Aber war das nicht mal glatt? Könnt ihr mal reinschreiben. Das hat ja jetzt so ein bisschen komischen Look. Seht halt aus echt, als ob da irgendwie die Kannenklettung aus ist. Nun ja. Aber ohne Scheiß, den feiere ich ja mal übelst. Der in voll? Krass. Hätte ich gerne. Ist genau mein Style. So von... Oh. 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 Ah. Der Boy hat Pech. Der Boy hat Pech. Wieder zu Legends rüber. So. Gif vs. Bro oder Panther jetzt in voll. Ist das dein Ernst? Werde ich echt mit Phenatic bestraft? Werde ich echt mit Phenatic bestraft? Ei, 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 ei. Oh. Es muss ein Virtus Pro. Ich brauch Virtus Pro. Ich brauch Virtus Pro. Oh. Reiben. Komm. Ah. Ist doch nicht so... Das ist doch echt nicht... Komm Gabe. Gif. Ah. Immerhin. Okay. Team Solo mit mal in voll. Okay. Ich hab wenigstens mal einen in voll. Geil. Boah. Sieht aber geil aus, finde ich. Gefällt mir. Gefällt mir. Aber das ist schon... Ah. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Ich will den hier. Ich mein, ich will den nicht setzen. Vielleicht nicht setzen. Keine Ahnung. Aber er sieht geil aus. Oder der in grün. Also die zwei Farben finde ich mega stylo-philo. Ja. Cloud9 sieht eigentlich auch geil aus. Aber ich glaube, die werden nicht weiterkommen. Wobei, ich weiß es nicht. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Okay, okay, okay. Komm. Die zwei. Komm. Einmal Glück haben. Oh shit. Da wäre fast das neue Gewicht. Ah. Aber immerhin das hier. Das ist in Ordnung. Flipside Tactics. Oh, very good. Ich finde, in voll sieht das ja... Ups. In voll sieht das ja nochmal zehnmal geiler aus. Komm. Einmal noch Glück. Einmal noch Glück haben, dass die 40 Euro sich nicht gelohnt haben. Und es ist... Ja, wie soll das auch anders sein? Natürlich ziehe ich nochmal den Cloud9-Sticker. Amen. Geil. Ja. So. Gut. Gut. Von zehn Stück habe ich zweimal vollgezogen. Sehe ich das Beste? Ja. Zweimal doppelt, doppelt. Eieiei. Da muss ich mir auf jeden Fall noch einzelne kaufen. So. Vielleicht noch ganz kurz, wie ihr euch die Sticker einzeln kaufen könnt. Logischerweise hier in der Vorschau. Ja, wie ihr es gesehen habt. Um dann zu placen. Und ja. Dann dürft ihr euch auf jeden Fall die Tage noch... über Pick-Em-Challenge-Bet-Advices freuen. Werde ich da machen. Werd da die Teams ein bisschen analysieren. Und sagen, wie ich denke denn, wie die spielen werden. Und ja. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Schauen, meine Freunde. Und vor allem vergesst nicht zu liken, ihr. Wichser! Wie ist der Outro-Song? Die Videos sind verlinkt, mein Freund. Yeah. Ja. Ja.